Wie wähle ich den besten Schwangerschaftstest? Die Wahl des besten Frühschwangerschaftstests erfordert Überlegungen, wenn Frauen einen Heimtest durchführen möchten. Blutuntersuchungen sind in den frühen Tagen der Schwangerschaft nach erfolgter Embryoimplantation genauer. Für Urintests hat der beste Test die höchste Empfindlichkeitsstufe oder den Grad, bei dem der Test HCG nachweist. Blutuntersuchungen erkennen HCG, wenn es in Mengen von 5 mIUNL vorliegt. Die meisten frühen Schwangerschaftstests, bei denen der Urin bewertet wird, sind nicht positiv, es sei denn, eine Frau hat 12,5 bis 20 mIUNL HCG, und bei Standardtests werden keine Konzentrationen unter 40 bis 50 mIUNL festgestellt. Bei der Auswahl eines frühen Schwangerschaftstests sollten Frauen definieren, was früh für sie bedeutet. Viele Hersteller von Heimtests geben an, dass sie innerhalb von ein oder zwei Tagen nach einer verpassten Zeit genau testen werden. Dies ist ungefähr 12 bis 14 Tage nach der Empfängnis. Wenn Frauen wissen, wann eine Empfängnis eingetreten ist, können die meisten Tests angebracht sein, wenn sie zwei Wochen nach diesem Datum warten. Wenn das Ziel darin besteht, viel früher zu testen, beispielsweise vier oder fünf Tage nach der Empfängnis, ist es möglicherweise schwierig, bei jedem Urintest ein vollständig genaues Ergebnis zu erhalten. Blutuntersuchungen sind in dieser sehr frühen Phase die beste Wahl. Mit dem Voranschreiten einer Schwangerschaft im ersten Monat steigen die HCG-Spiegel rasch an, und bei vielen Frauen verdoppelt sich die Hormonmenge alle paar Tage. Wenn ein früher Schwangerschaftstest kein positives Ergebnis zeigt, können einige Tage die HCG-Werte auf die Empfindlichkeit des Tests anheben. Nicht alle Frauen haben genau die gleichen Spiegel, aber im Allgemeinen zeigen die Mengen dieses Hormons einen konstanten Anstieg. Innerhalb weniger Wochen haben die meisten schwangeren Frauen Hormonmengen, die durch den Durchschnittstest nachweisbar sind. Es gibt wirklich nur wenige extrem frühe Schwangerschaftstest-Kits auf dem Markt. Diese sind nicht so genau wie Bluttests, aber sie können eine Schwangerschaft etwa sieben bis neun Tage nach der Implantation feststellen, die ein oder zwei Tage nach der Empfängnis eintritt. Diese wenigen Tests werden stark beworben, da sie eine Schwangerschaft frühzeitig erkennen, aber was Frauen wirklich suchen sollten, ist das HCG-Empfindlichkeitsniveau. Dies wird nicht immer auf Testboxen beworben, aber Online-Recherchen oder Anrufe bei Testherstellern können diese Informationen liefern. Das Finden der niedrigsten Empfindlichkeit ist der Schlüssel zur Auswahl des genauesten Frühschwangerschaftstests. Manchmal erzeugen weniger empfindliche Tests eine sehr schwache Linie, die auf eine Schwangerschaft schließen lässt. Dies ist normalerweise ein positives Ergebnis. Frauen können die Ergebnisse mit einem empfindlicheren Test überprüfen oder sie könnten es in ein paar Tagen erneut überprüfen. Der Nachteil des frühen Schwangerschaftstests besteht darin, dass einige Frauen vor ihrer ersten Periode eine Fehlgeburt haben. Mit der Früherkennung kann diese Schwangerschaft bemerkt werden, und es kann enttäuschend und schwierig sein, wenn sie endet. Es gibt viele Frauen, die es vorziehen, auf eine verpasste Testphase zu warten, weil sie nicht aufgeregt sein möchten, bevor sie mit Sicherheit wissen, dass eine Schwangerschaft eine bessere Chance auf Fortsetzung hat.